Wir sind Illespost und wir sind verspätet. Mensch, ich hoffe, wir waren diese Morgen 5 Uhr in Dänemark abgeholt. Ja, ich kluge viel. Und wir waren hier am 8 Uhr Abend, also eine 7 Stunden Fahr. Ich weiß nicht, was passiert ist. Aber es ist alt, Jungs. Wir müssen fast 11 Uhr abhören. So. Aber wir wollen gern viel für euch spielen in Berlin. Ich bin in Berlin! Ich bin in Berlin! Ich bin in Berlin! Ich bin in Berlin! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020